Hallo zusammen, ihr da draußen. Hier ist WölberTV und eure Thierbjörg. Ich bin jetzt vom Kirchentag wieder zu Hause, bin etwas müde und geschafft, war dann doch sehr anstrengend. Ich wollte euch eine kleine Voraussicht auf das, was die Tage noch an Videos kommt, kurz hier erläutern. Ich werde ein Video die Tage hochladen, indem ich ein Interview mit unserem Pfarrer Burkhard Bornemann aus der Evangelischen Kirchegemeinde, in der ich arbeite, hochlade, indem wir uns über die Gemeinsamkeiten und das, was uns trennt zwischen Heidentum und Kirche, ein bisschen unterhalten werden. Bis dahin, bleibt beisammen, habt viel Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Video. In diesem Sinne, Asa Okwana. Asa Okwana.